Mein erster Mann war ein Drecksack und ein Betrüger. Mein zweiter Mann war witzig. Damals fand ich, ich hätte ein Spielzeug ganz für mich allein verdient. Und das habe ich bekommen. Wenn es wohl nicht kaputt machen sollen. Mein dritter Mann war gut mit Zahlen. Und mit den Händen. Wir sind immer noch Freunde. Naja, wir verhalten uns zivilisiert. Ich suche nach meinem vierten. Ich weiß nicht wann oder wo ich ihn treffe, aber es gibt ihn. Fürs Erste fände ich meinen Spaß darin, auf diese Weise Schmerz zuzufügen. Oder auf diese. Und am Ende lebt mich das Publikum von meiner Brutalität. Ich bringe es dazu, mehr Schmerz zu wollen. Ich werde grausam sein und meinen Spaß haben. Wenn's das nicht mehr bringt, suche ich mir ein neues Spielzeug. Bis dahin. Ist auch nicht anders als in einer Ehe. Vielleicht ist das Kolosseum auf gewisse Art mein vierter Mann.